Hallo, das ist meine Wohnung. Ich mag Jans Wohnung, die ist so riesig. Da gibt es irgendwie viel mehr Platz. Oder, Jan? Ich habe ja oder gesagt. Ja, hier können wir sogar rennen. Miau, ich bin ein Auto. Und das macht so einen riesigen Spaß zu lernen, oder? Das macht mit dir Spaß, Jan? Der erste Tag, wo du den Äpfelverkäufer kennengelernt hast. Und wir sind immer noch Freunde. Komm, ich glaube, ich denke mal etwas zu spielen. Was lohnt das? Da fällt mir nichts ein. Als wir uns kennengelernt haben, hatten wir gut gespielt. Aber in Hose können wir nicht so gut spielen, oder? Sollen wir vielleicht so wieder immer rennen? Rennen? Ich bin schneller, mal sehen. Ich weiß, dass wir beide gleichzeitig rennen können. Miau, miau. Gleichzeitig? Gleichzeitig? Gleichzeitig macht jeder. Ja, wir können nur beide gleichzeitig rennen. Aber ich präsentiere Jans Wohnung. Julian, deine Wohnung ist irgendwie auch gemütlich. Ja, du hattest doch gesagt, dass mein Feld gruselig aussieht. Ja, es war ultra gruselig. Und zwar mit dem Gewitter. Ja, der Gewitter ist noch lauter als ein geknallter Luftballon. Ja, aber ist doch egal. Zum Glück gewittert es nicht jetzt. Wieso sind die so schwarze jetzt geworden? Geh nicht an den Fenster ran. Sonst kommt der Blitz fast ganz nah, bis er dich trifft ins Fenster. Aber du hast ein Blitzschütz-Ding. Ja, und du können wir gesorgt werden. Oh, du hast recht. Jemand hat in das Haus, als er das gebaut hat, das gemacht. Okay, ich beende das wie du. Jemand hat in das Schmerzen. Jemand hat in die Erde. Ja, ich bin da.